Ist alles okay? Ja, ne, ist aus meiner Sicht nichts Schlimmes. Sieht nach einer Nervengeschichte aus. So ein bisschen alte Rücken. Ja, ich hoffe natürlich. Wir werden die Zeit nutzen. Morgen und übermorgen schauen, was Sache ist. Aber ich gehe jetzt nicht von etwas Schlimmem aus. Ja, ich habe jetzt da zwei-, dreimal vorne drin gespielt. Ja. Entschuldigung, ich habe gegen Neverkusen ein Tor gemacht. Gewonnen. Heute ein Tor gemacht. Gewonnen. Also ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Aber schauen wir mal weiter. Manu hat leichte Schulterprobleme. Man muss da natürlich auch von Tag zu Tag schauen, wie er da zurechtkommt. Und wie es dann auch besser wird. Da gibt es auch gar keine Prognosen. Und ja, ich habe vorhin schon gesagt, das ist meine Aufgabe. Ich kenne die mittlerweile, dass es keine langfristigen Prognosen da gibt. Ich schaue von Tag zu Tag. Und wenn ich dann am Sonntag spielen sollte, dann bin ich da. Gut. Gut.